Wie es hat er? Okay. Achso, gibt es hier... Ah! Mhm, okay. Oh, da kommt noch einer. Oh, oh. Was ist da draußen? Hey! Verdammt nochmal. Okay, dann lassen wir mal die Handgranaten sprechen hier. Damit ihr mal ein paar Explosionen hier gesehen könnt, oder? Wo kommt das her? Ah. Jawoll! Ihr seid Geschichte. Okay. Gucken auf die Schnelle. Gibt es hier noch irgendwo Handgranaten? Hm. Ne, hier sind keine drin. Ich will keine Kisten nehmen. Ich will Handgranaten. Plastikflasche. Also, die Grafik ist echt der Hammer. Kaffeemaschine. Jemand einen Kaffee? Bisschen Musik? Ne, ne, ne. Ne, schlafen will ich jetzt nicht. Ah, und diese Aussicht. Ah, und diese Aussicht. Und ich kann noch nicht mal volle Grafik einstellen. Weil, ich habe ja noch Frebs laufen. Und. Ich will ja, dass das alles einigermaßen flüssig ist, ne? So. Okay. Versuchen Sie den Gefechtsstand. Das habe ich jetzt getan, oder? Vielleicht noch eine Explosion gefällig? Mal gucken. Jawoll. Schön, oder? Wie ein Elefant im Porzellanladen. So, okay.